Jesus reitet auf dem Esel am grünen Palmtag. Nee, jetzt verwechselst du was. Nee, stimmt. Grün Sonntag. Bist du auf dem Pferd gerittet? Nach Jerusalem. Nee, warte. Was? Wohin? Von vorne. Oster, Montag, hab ich Geburtstag. Hä? Ich dachte an Weihnachten. Oster, Palm, Freitag war doch die Auferstehung. Genau. Jetzt beruhigen wir uns erstmal alle wieder. Okay, also, nochmal. Pfingsten war 30 Tage danach. Am grünen Donnerstag. Vor Ostern. Also Ostermontag. Oster, Samstag, dachte ich. Was war da nochmal? Ja, da hast du doch durchgepennt, hast du gesagt. Stimmt, wegen Vatertag. Good old times. Okay, das heißt, am Vatertag bist du wieder auferstanden. Und am grünen Donnerstag bin ich auf dem Esel geritten. Hä? Ich dachte am Mittwoch vor Ostermontag. Du bist mir so ein Pfarrer. Ich verstehe es einfach nicht. Hm. Äh, was macht man jetzt nochmal an Ostern? Na, Ostermall-Täschle-Essen. Sag ich doch. Das war kein schönes Gespräch. Danke, ebenso. Ja, ich muss dann auch mal weiter. Ich muss mal Wein besorgen. Oh, das kann ich nicht mehr sehen. Mit dir ist aber auch nicht einfach.